Willkommen im neuen Happy Family House. Hör gut zu und schau. Die Spülmaschine läuft und ein Film im TV. Oh oh, Babys Windel ist nass. So viel zu tun. Doch jetzt, Ryan, geht die Happy Family ins Bett. Neu, das Happy Family House. So viele Geräusche und immer ist etwas los.